Ich habe ein Bild aus dem Fernsehen im Kopf, wo ein junger Vorarlberger an der Impfstation interviewt wurde, warum er sich denn hier impfen lässt. Und es wirkt irgendwie, als wüsste er gar nicht, warum er zum jetzigen Zeitpunkt hier steht, hat aber zielsicher gesagt, weil er Skifahren gehen will im Winter. Das hängt ja damit zusammen, dass mehr Tagespässe und eigentlich auch das gesamte Skifahren unter 2G beschlossen wurde, also dass man geimpft oder genesen sein muss, um Skifahren zu können. Wie stehen Sie denn zwischenzeitlich zu dieser Regelung und welche Chancen bietet das auch? Also wir haben die 2G-Regelung beim Skifahren ja immer befürwortet, weil es die einzige Politik ist, um ein klares Signal zu geben, um Anreize zu setzen, impfen zu gehen. Und letztlich werden wir alle aus dieser Pandemie nur rauskommen, wenn die einzige Waffe, die wir in der Hand haben, nämlich die Impfung, genützt wird. Und ich freue mich, also ich kenne auch viele Geschichten, wo Leute, die vorher gesagt haben, die impfskeptisch waren, also nicht radikale Impfgegner, die impfskeptisch waren, die vielleicht auch verunsichert waren. Die dann übers, ich will aber Skifahren und diese Emotion Skifahren so groß ist, dass sie gesagt haben, für Skifahren gehe jetzt impfen. Also wirkt. Sie sind nicht... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.